Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex, wo du eingeschaltet hast. Über zwei Monate ist es her, dass wir die folgende Aktion gestartet haben, aber jetzt ist es wieder soweit. Und zwar habt ihr wieder die Chance, mir alle Fragen rund um mich, um meinen Kanal, um YouTube, um GTA, um alles mögliche zu stellen und ich werde sie mal wieder in einem Video beantworten. Somit, Leute, ganz einfach, stellt mir einfach hier in den Kommentaren eure Fragen mit einem Hashtag FAQ davor und dann werde ich die nächste Woche in einem Video beantworten. Also nochmal ganz einfach, ihr habt jetzt irgendeine Frage an mich, zum Beispiel, was mein Lieblingsessen ist, dann schreibt mir einfach in die Kommentare Hashtag FAQ, was ist dein Lieblingsessen und schon habt ihr teilgenommen beziehungsweise ich kann eure Frage im nächsten Video mit etwas Glück beantworten. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, ihr könnt gerne mehrere Fragen stellen, aber bitte immer pro Post beziehungsweise pro Kommentar nur eine Frage, das ist dann einfacher mit dem Einblenden und so weiter. An der Stelle bin ich jetzt auch schon wieder raus. Wenn euch diese Aktion hier gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall auf meinem Discord-Server mal vorbei, da bin ich nämlich gerade online und wenn ihr Bock habt, könntet ihr dann mit mir eine Runde Fortnite spielen oder einfach mal ein bisschen reden, zocken, was auch immer. An der Stelle bin ich jetzt aber wirklich mal raus. Lasst auf jeden Fall ein Like da, bis bald und Peace! Bis bald!